Oh, ich sehe gerade, dass da ein Bulle kommt. Ich muss hier weg. Mann, jetzt geh doch doch rüber! Franklin! Das war's, Bär. Alter. Schnell. Vorhin, das Ding ist ja, der erschossen habe ich nach vorne. Und jetzt sind die Bullen auf einmal hier. Das ist ein bisschen unlogisch. Na klar, ein dritter Bulle. Und weg sind sie. D-Frage-Zeichen? Hä, war mir da nicht gerade? Das war dauerlich Hochkonten, ne? Genau. Ja, das machen wir später. Gehen wir mal auch zu... ...Mikaellas. Oder Michael. Ich finde Michael voll cool. Da war schon wieder so komische Nachricht. Du-du-du-du. Ist gut, dass ich die bekomme, wenn ich dann nicht mehr im Bildschirm bin. Hä? Was hat denn der Schmeldepression? Oh, yeah. Aber das ist die Kacke jetzt schwarz. Habe ich die schwarz gemacht? Ähm, Dings hat mir geschrieben. Ich will bei einer Familie kommunizieren. Ähm. Tracy, du fehlst mir, auch wenn du ein Arsch bist. Danke, das höre ich doch gerne. Hey Dad, wie geht's? Ist echt komisch, dir so zu schreiben. Das ist voll 90er E-Mail. Wow. Ich wollte nicht anrufen. Dann wäre ich nur traurig und würde etwas tun, das ich bereue. Später bereue. Aber vielleicht sollte ich dir das nicht schreiben. Du fehlst mir. Und uns allen irgendwie. Fabien ist voll nervig. Fabien. Fabien. Äh, wenn ich Yoga machen will, dann gehe ich... ...nach Indien oder... Ach so, das... Ja, ja, okay. Ist die Mutter, so gesagt. Äh, dann gehe ich nach Indien oder so. Und er will immer, dass ich ihn Dad nenne. Fabien. Ist nicht dieser Yoga-Spasti? Ne, war nur ein Bits. Ah ja. Siehst du, ich bin lustig. Ja, mein Gesang und meine Tanzsachen laufen gut. Aber ich bin immer noch sauer, dass du es mir bei Fame oder Shim versaut hast. Du bist so ein Arsch. Shim ist ein Idiot. Ich frag mich, wie er noch von derselben... Äh, 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 äh. Ja, 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 äh, 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 äh Das ist voll super und so. Verstehst du, was ich meine? Fehlt's mir. Deine Tracy. Gefällt dir die neue Schreibweise von meinem Namen? Doch mit I sieht doch scheiße aus. Ähm, voll süß, oder? Aber gut, das sieht auch komisch aus, dass Tracy... Dann soll ich das eh weglassen können und das Y... Das ist doch viel einfacher, oder? Ja, die Tracy hat uns geschrieben. Der geht's gut. Das finde ich schick. Ich hab jetzt ganz vergessen, was ich machen wollte. Jetzt hab ich die Tracy so abgelenkt. Huch! Wer ist das? Hi, Kigai. Was ist denn, Bro? Schau, ich weiß, dass du noch nicht die Computer für ein Leben fixen kannst. Wann werden wir ein bisschen Arbeit meinen Weg? Hey, wenn du ein Projekt schreibst, dann bin ich in Kontakt, okay? Okay, aber nicht vergessen, was mich ist. Ich hab keine Ahnung, wer das war, aber... Schau, boah. Wurde schon richtig sein. Jetzt wisst ihr, was ich wollte, oder? Weiß ich's noch? No, weißt du's noch? Nein, ich weiß nicht. Weißt du noch? Nein, nein, ist ja egal. Da hinten ist es ja. Ich wollte nämlich schon mal was jucken. Wo muss ich denn da hinten suchen? Wir fahren mal kurz zum Los Santos Customs und gucken mal, was wir in der Karre noch tunen können. Aber der hat jetzt Auto, wie man hört, hat auf dem... Nee, der hat auch keine neue Hupe. Strange. Also manche Tuning-Sachen nicht ganz komplett. Wow. Nein. Fuck. Wär ich dir mal reingefahren. Was ist jetzt noch? Hey, schau. Was hast du getan? Was hast du getan? Wo ist sie? Sie ist sicher. Schau. Ich will einen finalen Weg, das mit dir zu machen. Das wird etwas tun. Wir sind immer alle sauer auf mich. Ich habe nichts getan. Ich weiß nicht, dass ich jetzt wüsste. Wow. Alter, das ist hell. Ich sehe gar nichts. Ich bin gerade so krass geblendet von der Sonne. Ungeheuerlich Schüsse, aber... ...soll mir recht sein. Nein. Ich sehe auch so verdammt viel. Nicht mit... Ja, meine Katze hat sich jetzt mit einem in den Aufnahmeraum reinverschanzt, die kleine Mistige. Psch. Wo ist denn das hier? Huch. Aber was um was? Achso, da vorne. Ich helfe dir. Ich würde da nicht zum Lust... Alter, jetzt wo ich am Ziel bin, weißt du? Oh, so eine schlimme Runde wie uns die halt. Ich habe so das Gefühl, dass Michael die wenigsten Waffen hat, oder? Wie sind denn das hier? Scheiße, ich muss abhauen. Fuck, ich bin gleich tot. Alter, ich will nicht schon wieder sterben. Lasst mich doch alle in Ruhe, Alter. Ja, jetzt sind sie weg von der Straße. Na toll. Aber ganz ehrlich, es ist immer noch besser, die Typen los zu sein, als dass ich schon wieder sterbe. Sterbe. Ich gebe mir Gewalt, die dich auf den Keks. Wisst ihr das? Der hat echt am wenigsten Waffen von allen. Krass. Na komm her. Aus der Empfehlung bin ich um einiges besser als Ehe-Spaß-Dies. Ich zock Call of Duty in. Lass euch das gesagt sein, Mann. Komm her! Nein! Los, spring an! Alter! Alter! Ach, diese miesen Penner. Mieser Wichser. Alter, war das Geld! Das darf ich nie vergessen. Natürlich, das gebe ich das Geld natürlich nicht zurück. Ist ja logisch. Äh. Ach da. Wow, 120 Dollar. Wow, da wird der Typ jetzt, äh... Der hat doch gesagt, der haben... Der haben dann... Gesamtes Geld haben sie geklaut. 120 Dollar. Alter Junge, du bist ja ärmer als ich. Das hat schon was zu bedeuten. Was ist denn das da? Das muss ja gerade aus dem VW von Weitem. So, wir können jetzt nicht mal zu los. Los Santos Customs fahren hier. Na, oh Mann. Da vorne ist der Typ, der will schon sein Geld wieder haben. Kannst du lange drauf warten, Alter. Schließlich hab ich mir das geholt. Nein! Ich wollte das nicht zurückgeben. Ich denke, das ist dein. Respekt, Mann. Über und beyond. Peel auf ein paar Noten für dich selbst. Wow. Von 120 Dollar her durfte ich mir gerade... 6 Dollar behalten, echt. Das ist ja echt toll. Hä, wo ist denn Los Santos? Ach, da. Welcher ist das? Ah, beide. Okay. Joa, ich suche alles. Wollen wir die Karre komplett off-tunen? Ah, das kostet wieder Haufen Kohle, ne? Obwohl. Das nehmen wir. Yeah, ein bisschen tiefer legen. Das sieht doch gut aus. So ein paar fettere Bremsen. Da kommen wir auch in ein paar alles rein und fertig. Mal Panzerung schon bei 100. Da müssen wir alles abgehen, dann sind die Sterne auch weg. Hupe. Ja, das ist die beste Hupe ever. Scheinwerfer haben wir schon drinne. Nummernschild haben wir auch schon. Lackierung machen wir nachher. Seitenverkleidung. Yeah. Ein Spoiler, der Hansi. Alter, geil. Ja, das wird die Karre doch ein bisschen besser, ne? Kann man ja mal sagen. So, ordentlich tiefer legen noch. Ein fettes Getriebe noch reinhauen, damit die Karre ordentlich schnell wird. Ein Turbo hat er schon drinne. Reifen. Reifenzubehör. Tuning-Reifen. Reifen-Qualm. Ach, der hat sogar schusssichere Reifen drinne. Lass mich jetzt die Tuning-Reifen nehmen. Ah, Tuning-Reifen. Aha, okay. Wir nehmen mal... Was nehmen wir da? Dann Reifen-Qualm. Ich nehme mal blauen Reifen-Qualm. So. Fellenfarbe. Boah, das ist natürlich geil, die schwarzen Dinger. Aber auf schwarzem Lack und schwarze Fellen ist der einfach scheiße aus. Macht das bloß nicht, Alter. Schwarze Felgen und schwarzer Lack, das sieht total für den Arsch aus. Wenn ihr später mal ein Auto habt oder schon ein Auto habt, bloß nicht schwarz auf schwarz. Das sieht echt für den Arsch aus. Ich glaube, ich lasse die einfach weiß. Den Felgentyp kann man eigentlich so lassen. Ich würde gerne noch... Den Lack, wo waren der da? Eine Primärfarbe. Aus Chrom. Ne, das passt gar nicht. Carbon-Schwarz. Naja. Rot war seine Karre vorher, ne? Man merke ich schon das Geile. Dieses Limettengrün. Ja, alter geil, das sieht so geil aus. Das passt, glaube ich, das passt nicht zu Michael, ne? Mitternachtsblau. Galaxisblau. Das sah eigentlich aus wie ein Grün, oder? Oh, Marineblau, Hafenblau, Diamantblau. Ist ein Diamantblau? Rennblau. Kackbraun. Bisung-Kackbraun. Bach-Kackbraun. Felser-Kackbraun. Und Arn-Kackbraun. Buchen-Kackbraun. Ich dachte, das sind noch mehr... Dings, noch mehr... Moos-Braun. Moos ist braun. Ah, wenn es eine Weile in der Sonne liegt, dann schon. Aber ansonsten... Hier, Los Santos-Style. Äh, Quatsch. Science-Row-Style. Hier hat das eh ne gefallen. Das ist rot. Wo war denn das jetzt? Ähm, rot, rot, rot. Halt. Bonbon-rot? Ach ja, aber Bonbon-rot. Fenster habe ich gerade noch gesehen. Fenster war noch nicht getunt. Yeah. So, officially pimped. Yeah. Jetzt sieht die Karre auch geil aus. Kommt da ein Auto? No? Los Santos Customs. Sollen wir gucken, wie der Reifenkalm aussieht. Blau. Yippie. Er wollte noch zu Tee, ne? Nicht, dass ich jetzt hier falsch fahre. Dann müssen wir mal... Hat der eigentlich... Wartet mal, ich fahr mal hier an die Seite. Hat der irgendwelche Handynummern, die man wählen kann, die ganz lustig sind? Ach, ich wollte ja mal... Ach, sind wir eh grad hier hinten, ne? Ne, das bringt grad nicht, da hinzufahren. Ich wollte ja mal zum Psychologen fahren, aber das... Ach, ich kann ihn auch anrufen, ne? Sobald ich weiß. Ähm. Komm, rufen wir einfach mal Molly an. Aber bestimmt eh nicht. Ähm, ne, das sieht schlecht aus. Ja, ja. Ähm, ich bin schon mal online hier. Trevor, Tracy... Können wir Tracy anrufen? Die schreit uns doch immer so lieb. Was? Auf den Fressen angegangen. Einer voll. Der Solomon, der Ricky, die Molly... Mehr hat er nicht? Was ist ja nicht der Solomon? Ach so, der Typ. Hey, Bock auf Transformers 4-Dreh. Der geht auch nicht. Ich spreche einfach über das Ding? Was? Das ist eine Humiliation zu weit. Niemand in dieser Stadt antwortet sein eigenes Telefon. Und ich sollte mich auf meiner eigenen Antwort-Maschine sein? Ihr seid alle gemeint zu mir. Okay, keiner will mehr quatschen. Dann gehen wir doch mal zu. Trevor... Gucken wir schon mal, was der für einen Scheiße gebaut hat. Der baut ja immer nur Scheiße. Wieso gibt es da irgendwie nochmal noch... ...noch immer noch kein Nuss? Boah, geil, der hat auch jetzt diese Traktionsschaltung, dieses... Ich weiß nicht, ob das direkte Einspritzung ist. Ich weiß das gar nicht. Wenn wir mal gern Tourismus spielen, dann weiß ich das wieder. Dann steht das ja mal da und dann hörst du das ja am Sound. Das war überknapp. Können wir gleich körperlich einfahren. Dann fahre ich denn erst die scheiß Kurve rum. Dafür, dass unsere Karre voll gepanzert war, haben wir ganz schön was abbekommen, ne? Als sie aber auf uns geschossen haben. Das... Ich verstehe das mit der Panzerung. Äh... Sehe ich das grad richtig? Warte... Wieso steht ein... Wieso? Wieso steht da ein... Wäh? Ist hier vielleicht auch jetzt irgendwo der Dings? Äh... Da ist nix drin. Oh, hier ist ein Hund. Hallo, Hund. Hier ist ein Flugzeug. Ich habe gerade überlegt, ob hier... Ich muss mir später mal von dem... Wenn ich das Spiel dann durch hab... Muss ich mir mal die Dings holen. Die Armee, diesen Armee-Hubschrauber mit dem Haken dran. Da kann man ganz lustige Sachen mitmachen. Und ich muss noch meinen Kumpels sagen, dass die sich das mal online kaufen sollen, das Ding. Also beim Online-Mode. Da kann man ganz lustige Sachen damit machen. Da kannst du ja... Autos unten ranhängen und so einen Scheißen. Da kannst... Ich hab schon Sachen gesehen, also das war schon geil. So, Mr. T-Ever. Wo kann ich denn parken bei dem? Ach da. Ich park einfach mal ihm hier. Nee, in seiner Garage will ich nicht. So. Mit meiner fetten roten Karre bin ich jetzt hier am Start. Wir sind am Start und die Welt ist gro-gro-gro-groß. Die Tür. Und ein Zeitsprung. Wir müssen doch mal älter werden, so schnell wie die Zeit vergeht. Ich bin doch mal ein Zeitsprung. Ich bin doch ein Zeitsprung. Ich bin doch ein Zeitsprung. Wirklich? Ja, okay, er ist ziemlich schlecht. Aber er hat eine Sensitive Seite. Oh ja, er ist sehr Sensitive. Als er seine Gefühle fühlt, er ist devastiert. Also, was ist deine Geschichte? Ich habe keine Geschichte. Ich bin ein Interessantiker. Ich leben hier, weg von dem Mann. Von dem ich kann sagen, du bist wie ein Hochschul-Athlet. Du bist von alten Glorien. Du warst, dass du zu verhalten hast. Und jetzt, du bist Angst, wenn deine Lofen getrennt? Wenn mehr Scheiße kommt aus deinem Kopf, dann werde ich alles über meine Vergangenheit erfahren. Entstehst du? Absolut, Herr. Das kam falsch. Alles falsch. Tell Trevor, das Monatliche Train kommt. Was Monatliche Train? Das Monatliche Train. Wo sind wir beide? Wir haben ein bisschen frische Luft. Ja, ich höre. Stockholm Syndrome. Das ist sehr schön. Das Jahr. Hey, guck mal. Das ist immer ein Trailer. Das ist immer ein Trailer. Das Trailer der Trailer. Was du mit dem? Ich höre. Ich höre. Über Gold. Es ist genug, um Ron in Trailer zu halten. Und du in Therapie. Es ist genug, damit wir den Mexikanischen kommen. Ich kann dich zurück in die Stadt, Baby. Ja! Das besser wäre gut. Jesus. Ah. Mann, wir haben schon über diese Hygienische Sache gesprochen, Bro. Ich gehöre dich in mein Haus. Das ist, wie du mich bezahlt hast. Das ist, wie du mich bezahlt hast. Es ist wie, mit einem verdammten Skunk zu leben. Wieso bin ich jetzt schon mal mit Trevor? Ich will nicht Trevor sein. Ich hab doch gerade... Wir sehen uns, Michael. Ja, da hätten wir auch gleich mit Trevor. Verstehe ich nicht. Obwohl es ja mit Trevor auch wissen, dass Michael zu Besuch kommt, ne? Schnauze. Kommt ihm hinterher. Okay, also ich nehme ein Auto, um ein Boot zu stehlen, um ein Trailer und etwas Gold zu bekommen. Das ist nicht der Größe! Mach es ein schnelles Boot! Ah, die Logistische Meinung von Trevor Phillips. Also, es ist wie Gold Bricks auf dem Board, oder? Manchmal? Das ist ein High-Value-Kurier-Service runn von... Meriwether. Oh, Meriwether? Tranquilo, Mike. Das ist nicht ein Weapons-Train. Das ist gut zu viel wert, um für ein Air-Travel-Train. Gold. Manchmal Gold. Manchmal artwork. Priceless Antiquities. Manchmal genug für dich, ich, Ron, und alle. Nein! Und hier ist sie, die Magical-Train. Die Magical-Train-Train-Train-Train-Train-Train-Train. Die Magical-Train-Train-Train-Train-Train-Train.